Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lasse sich an die Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Parlamentsbüro der Taz. Wir sprechen ja einmal in der Woche über Themen, die wir wichtig finden, die uns aufregen, die uns umtreiben. Die letzten beiden Folgen haben wir uns mit Nahost beschäftigt, jetzt nehmen wir uns mal wieder ein innenpolitisches Thema vor. Wir wollen über Sarah Wagenknecht sprechen, über den Verein, den sie und andere gerade gegründet haben und über die Partei, die da kommen soll. Über Inhalte und Chancen und darüber, was das für die Linke bedeutet, also für die Linkspartei und auch für die ganze Parteienlandschaft in Deutschland. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sitzen hier Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz. Daniel Bax, im Parlamentsbüro für die Linkspartei zuständig im Augenblick. Und zugeschaltet ist uns Pascal Beuker, der gerade aus Frankfurt vom IG Metall Kongress, nee, das heißt Gewerkschaftstag, um es korrekt zu sein, berichtet. Und aber auch im Parlamentsbüro für die Linkspartei zuständig ist. Hallo Pascal. Ja, hallo. Das heißt tatsächlich bei der IG Metall Gewerkschaftstag, ja. Ich habe es mir sogar richtig aufgeschrieben. Ist ja ein bisschen irritierend, weil dieser Gewerkschaftstag geht über eine ganze Woche, aber gut. Okay, Sarah Wagenknecht hat am Montag ihren Verein vorgestellt mit dem illustren Namen Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Im kommenden Jahr soll daraus eine Partei werden. Gleichzeitig haben Sie und ich glaube neun Gefolgsleute die Partei verlassen, also die Linkspartei verlassen. Aber die meisten von Ihnen gehören der Fraktion der Linkspartei im Bundestag noch an. Pascal, die ganze Schose, war das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Das ist die Frage für wen. Also ich glaube, es ist in dem Sinne auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass endlich diese Hängepartie beendet ist. Das ging ja jetzt nochmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also die Gedankenspiele von Wagenknecht waren ja lange bekannt und es war eigentlich jeder, der genauer hingeschaut hat, für den war es auch schon lange klar, dass es mehr sind als Gedankenspiele. Es sind übrigens alle diese zehn noch Mitglieder der Fraktion. Es sind noch weitere mit ihnen gegangen, aber diese zehn sind erstmal die aus der Fraktion. Und übrigens, kleiner Hinweis, ob das die einzigen bleiben wählen aus der Fraktion, ist noch nicht klar. Für die Linkspartei, wie gesagt, ist das natürlich einerseits gut, weil jetzt diese Auseinandersetzung geklärt ist, andererseits wird natürlich ihre Lage dadurch nicht einfacher. Und ansonsten ist Wagenknecht mit ihrem Plan genau in dem Zeitplan, also mit ihrer Vorstellung jetzt, ihres Vereins in dem Zeitplan, der auch voraussehbar war und dem wir in der Taz ja auch schon aufgeschrieben hatten. Uwe, gut oder schlechte Nachricht? Ich schließe mich Pascal an. Die Frage ist, für wen? Ich glaube, unterm Strich ist es tatsächlich eine eher gute Nachricht. Nicht nur, weil ich als Journalistin natürlich Neuigkeiten immer begrüße und es interessant finde, was da wohl passiert, sondern auch, weil ich tatsächlich glaube, dass Sarah Wagenknecht das Potenzial hat, der AfD Stimmen wegzunehmen. Und das ist für mich demokratisch gesehen jetzt erstmal eine gute Nachricht. Okay, da auf die AfD kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Daniel, du warst ja am Montag bei dieser Pressekonferenz. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, was da passiert ist, weil ja nicht alle, die uns jetzt zuhören, das gesehen haben werden. Also ein riesiger Medienandrang, als wäre der Bundeskanzler da und ich glaube, der würde nicht so viele Leute anziehen. Tausend Kameras und wie beim Roten Teppich der Berlinale und das für eine Vereinsgründung. Das muss man erstmal hinkriegen. Also die, glaube ich, die mit der größten Aufmerksamkeit verfolgte Vereinsgründung der Geschichte der Bundesrepublik wahrscheinlich, weil mehr ist ja nicht passiert. Da wurde ein Verein angekündigt, der eine Partei vorbereiten soll und es wurde zu Spenden aufgerufen. Also ich fand das schon grenzwertig, um nicht zu sagen unseriös, weil man kauft ja die Katze im Sack. Da wird eine Webseite lanciert, da produziert sich eine Person, die man aus den Medien kennt und sagt, wir haben hier ein ganz tolles Projekt, spendet mal. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die jetzt nicht selbst über Geld verfügen, die da auf dem Podium saßen. Also das kann man echt hinterfragen, was sozusagen den Medienhype angeht, wie wir da alle auch als Journalisten, Frau Wagenknecht, ein bisschen auf den Leim gegangen sind. Sag noch mal, was genau ist jetzt der Stand? Also wie viele Leute, was haben die genau gesagt und so? Genau, der Knall war zu sagen, zu sagen, zehn Leute treten jetzt aus der Fraktion, oder nee, nein, die sagen, die treten aus der Partei aus, bleiben aber in der Fraktion. Das ist ein vergiftetes Geschenk an die Fraktion, damit die nicht sofort ihren Fraktionsstatus verliert. Und die Leute auf die Straße setzen muss, die da für sie arbeiten. Und es wurde eben angekündigt, dass man eine Partei gründen will. Das ist tatsächlich in dem Zeitplan, wie Pascal richtig sagte, der angekündigt war, Ende Oktober wollte sie an die Öffentlichkeit gehen. Im Januar soll eine Partei gegründet werden. Das ist wichtig aus finanziellen Gründen. Wieder das Geld, weil man dann nämlich die Wahlkampfkostenerstattung für die Europawahl wieder reinholen kann. Die kriegt man nicht, wenn man sich jetzt schon gegründet hätte. Also ganz klar wurde gesagt, der Verein, da soll man nicht Mitglied werden. Nicht zu viel Glücksritter und andere Leute anziehen, die dann nur für Chaos sorgen. Das wurde ganz deutlich so gesagt, sondern die sollen warten, bis die Partei sich gründet. Und dann können sie sich beteiligen. Und das Programm, was da vorgestellt worden ist, auf ein paar bedruckten Seiten, war so, wie es zu erwarten ist. Das ist gesellschaftspolitisch konservativ und Klimapolitik, Migrationspolitik konservativ und sozialpolitisch links. Lass uns nochmal einmal ganz kurz bei den Leuten bleiben. Pascal, wer ist da mitgegangen? Ich meine, ich glaube, die meisten Leute werden außer Wagenknecht vielleicht noch die Mohamed Ali kennen, die ehemalige Fraktionschefin im Bundestag. Noch? Ist sie das noch? Ich dachte, sie hat das Amt liedergelegt. Nein, sie hat das bis zum 25. Also eigentlich ist es jetzt zu Ende, aber sie hat tatsächlich diese Pressekonferenz noch als amtierende Fraktionsvorsitzende gemacht, was natürlich besonders heftig ist. Gut, wer natürlich noch bekannt ist, ist Klaus Ernst. Stimmt. Der Vorsitzende des Klima-Ausschusses des Bundestages. Das heißt, der einzige Ausschussvorsitzende, den die Linksfraktion haben, hat jetzt jemand von der neuen Wagenknecht-Partei. Dann sind so Leute dabei wie André Hunko. Sevin Daddelen ist natürlich auch noch bekannter. Und gut, dann wird es dann schon, wie gesagt, geht es in den unbekannteren Bereich. Wer ist denn dieser Millionär? Aus Hessen zum Beispiel. Der war nicht in der Linkspartei. Das ist so ein Internetunternehmer, der Millionär geworden ist. Der soll wahrscheinlich den Mittelstand repräsentieren und vor allen Dingen soll er Finanzierungswege öffnen. Der ist ja Kassierer dieses Vereins. Dazu muss man eben sagen, was Daniel gesagt hat. Die haben keinen Verein dort angekündigt, sondern dieser Verein ist schon längst gegründet worden. Der ist aber gegründet worden von Strohleuten. Das heißt also Leuten, die nicht bekannt waren. Und die haben auch gehofft, dass es bis Oktober unbekannt bleibt, diese Gründung. Das ist dann vor ein, zwei Wochen halt rausgekommen, dass es diesen Verein schon gab. Aber diese ganzen Leute, die ja schon Funktionen hatten, Vorsitzender war irgendein Ratsherr aus Oldenburg, die haben das einfach nur tatsächlich statthaltend gemacht. Jetzt ist nämlich die Vorsitzende Mohammed Ali und so weiter. Das heißt, sie haben ganz neues Personal jetzt dabei. Das zeigt auch, wie clandestine die da schon lange unterwegs waren. Das ist natürlich alles nicht sauber. Interessant ist ja, dass es alles Wessis sind außer Wagenknecht. Was sagt uns das denn? Von den Bundestagsabgeordneten sind es alles Wessis, bei denen die jetzt ihren Austritt da erklärt haben. Und es gibt ja so eine Austrittserklärung, da stehen noch ein paar andere drunter. Unter anderem dieser Ratsherr aus Oldenburg, aber auch Sabine Zimmermann. Das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, die aus dem Osten kommt, aus Sachsen. Die hat allerdings einen ganz großen Unterschied zu den normalen, in Anführungsstrichen, Linksparteifunktionären aus dem Osten. Die kam nämlich nicht über die PDS zur Linkspartei, sondern die stammt aus der Gewerkschaft und aus der SPD und ist dann über den Umweg WASG reingekommen. Das ist deswegen wichtig, weil die Verbindung zur Linkspartei im Osten sehr, sehr groß ist, weswegen es dort keine große Anhängerschaft gibt. Und da denken zwar etliche in Richtung Wagenknecht, die werden aber nicht mitgehen, weil deren Bindung zur Linkspartei aus traditionellen Gründen sehr, sehr groß ist. Wer schon in der SED war und diese Umbrüche alle mitgemacht hat, der geht nicht so einfach. Und deswegen ist es tatsächlich ein Westprojekt insgesamt. Interessant ist, dass in dem Programm, was da auslag, die Wirtschaftspolitik einen großen Punkt machte. Und das ist, glaube ich, auch ihre Zielgruppe, auch Kleinunternehmer, Mittelstand, Facharbeiter, die unzufrieden sind mit den Ökosteuern, Heizungsgesetzen. Deswegen ist sie so gegen die Klimapolitik, auch durch die Sanktionen. Also sie will schon die Wirtschaft ansprechen, gleichzeitig aber Unternehmenssteuern und Millionärsteuern erhöhen. Deswegen auch der Coup mit dem Millionär, der dafür ist, dass die Reichen mehr Steuern zahlen. Also das ist schon eine Zielgruppe, die sie vor Augen hat. Ob diese Zielgruppe dann am Ende tatsächlich sie wählen würde, halte ich für eine sehr offene Frage, weil das erscheint mir alles sehr am Reißbrett ausgedacht. Das ist so demoskopisch überlegt, da gibt es eine Lücke. Aber ob diese Lücke in der Realität existiert, also der weiße, männliche, Facharbeiter, Industriearbeiter, heterosexuell, den gibt es natürlich noch, aber das ist auch eine aussterbende Nummer, ist auch ein Klischee. Und ich habe das Gefühl, auf diesem Klischee baut diese ganze Partei und Bewegung auf, die sie da zum zweiten Mal versucht, ehrlich gesagt, zu gründen. Aufstehen ist ja auch schon grandios gescheitert. Das war der gleiche Versuch, die gleiche Zielgruppe anzusprechen und sie hat tolle, prominente Mitstreiter gefunden. Und das Ganze hat sich in Luft aufgelöst. Ich sage dem Wagenknecht Hype das Gleiche voraus. Lass uns später drauf kommen. Aufstehen muss man vielleicht nochmal kurz sagen, war 2018, also ist auch schon eine ganze Weile her. Uwe, du hast mal gesagt, du findest, dass Wagenknecht grundsätzlich in erstaunlich vielen Punkten Recht hat. Womit hat sie denn Recht? Naja, ich finde es jedenfalls falsch, sie jetzt als reine Populistin oder gar Demagogin darzustellen, die sozusagen das Blaue vom Himmel runter lügt, nur um an irgendwelche Volksmassen zu appellieren. Also tatsächlich hat sie in ihren Talkshow-Auftritten, hat sie in ihren Büchern, hat sie bei allen sonstigen Gelegenheiten immer Argumente vorgetragen, die durchaus auch sachlich gestützt waren, wo es Leute von Rang und Namen gab, die das mittrugen. Es waren halt oft sehr theoretische Argumente und das war auch das, was man gegen sie dann vorbrachte, dass sie ja sozusagen politisch gar nicht unterwegs sei, sondern als reine Wirtschaftshistorikerin oder Ökonomin spreche. Aber zum Beispiel der Punkt, dass sie sagte, es gab 2008, 2009 folgende gute Gründe an der Existenz des Euro, an einer Fortexistenz zu zweifeln. Damit war sie ja nicht alleine. Sie wurde damit in ihrer eigenen Partei und auch natürlich innerhalb der gesellschaftlichen Linken, wurde sie als populistische Europakritikerin dann geschmäht. Aber es gab nun mal tatsächlich ökonomische Gründe, den Euro in seiner Konstruktion und seiner Existenz zu bezweifeln. Die trug sie halt vor. Gleiches gilt für den Umstand, dass für den Erhalt von so leistungsfähigen Sozialversicherungssystemen, wie wir sie haben, also Gesundheit, Rente, Arbeitslosigkeit, Pflege, brauchst du eine Konstruktion von Staat und Gesellschaft, die wir Nation zu nennen gelernt haben. Also du wirst ohne das, was man nationalen Zusammenhang nennt, wirst du es nicht schaffen, so große Mengen an Geld umzuschaufeln, also im Wesentlichen von oben nach unten. Und daran hat sie immer appelliert. Das ist der alte Appell, muss man sagen, einer sehr bodenständigen, middle-of-the-road Sozialdemokratie. Liebe Leute, wir müssen den Laden hier als Staat und eben auch Gesellschaft zusammenhalten, um das Vertrauen in soziale Sicherungssysteme aufrechtzuerhalten. Das waren alles total vernünftige Dinge, die sie gesagt hat. 80 Prozent des Programms kann man auch unterschreiben. Also sie sagt sehr viel vernünftige Dinge. Das ist nicht alles dumm, was sie sagt, nur es gibt schon eine sozialdemokratische Partei, die sozialdemokratische Politik zumindest auf dem Papier vertritt und die man deswegen wählen kann. Dass sie diese Sachen nicht eins zu eins umsetzen kann, liegt auch daran, dass sie in Koalitionen gezwungen ist zu agieren. Ich weiß nicht, mit wem Frau Wagenknecht ihre durchaus berechtigten Punkte umsetzen möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist schon sehr interessant, dass sie auch in der Pressekonferenz sagte, also das muss Schluss sein mit dem Diffamieren des politischen Gegners und dass man ihr unterstellt, Russland nähe und all diese Sachen. Das wäre einfach die Meinungsdiktatur der linksgrünen Woken Bubble, die das so sehen würde. Das heißt, sie benutzt die gleiche Sprache, die sie ihren Gegnern vorwerft. Sie agiert populistisch, sie diffamiert den Gegnern, sie sagt, das ist die schlechteste Regierung, die wir je hatten. Und diese Regierung vertritt Sachen, die sie auch auf dem Papier stehen hat, beziehungsweise umgekehrt, sie hat Sachen auf dem Papier stehen, die auch Parteien in dieser Regierung zum Teil vertreten, aber die sie zum Teil halt nicht umsetzen können, weil wir in der parlamentarischen Demokratie Kompromisse schließen müssen an der Regierung. Und das ist so, sie tut so, als könnte man im luftleeren Raum mal eben eine bessere Welt umsetzen. Pascal guckt total kritisch. Ja, also weil Ulrike, ich deine Definition von Populistin da nicht richtig finde. Es geht auch nicht darum, ihr vorzuwerfen, dass sie lügt. Es geht darum, ihr vorzuwerfen, dass sie die falschen Antworten auf Fragen gibt. Und da hast du gerade ein schönes Beispiel genannt. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, noch Ökonomen, nach der großen Finanzkrise, man müsste aus dem Euro raus. Aber da sollte man auch dazu sagen, was das für Leute waren. Das waren maßgeblich die Leute, die dann nachher an der Gründung der AfD beteiligt waren, aus gutem Grund. Weil da gehört diese Position auch hin. Und wer sagt, das Zentrale muss die Nation sein in Deutschland, der vertritt eben eine rechte Position. Und die linke Position war tatsächlich zu sagen, wichtig ist die Kooperation mit anderen Ländern, das Zusammenwachsen in Europa. Und Wagenknecht macht richtige Punkte in ihrer Kritik, zum Beispiel an der EU-Kommission. Aber ihre Antwort ist dann zum Beispiel nicht, das Europäische Parlament zu stärken. Sondern, das hat sie auch auf ihrer Pressekonferenz nochmal sehr deutlich gesagt. Und das steht auch in ihrem Buch, die Selbstgerechten. Die nationalen Regierungen, die sollen nur noch aushandeln. Das heißt, was sie will, läuft hinaus auf die Zerstörung aller EU-Institutionen. Und das ist genau das, was auch die AfD will. Das hat nichts mit Verleumdung zu tun, wenn man das einfach feststellt. Das ist so. Und das ist eben keine linke Position. Es muss ja auch keine, also ich weiß, sie beansprucht das für sich, links zu sein. Und alles, was ich sage, ist, sie vertritt Positionen, die einfach, sagen wir, SPD-Mitte bis SPD-Rechts auch seit graumer Zeit immer mal wieder vertreten wurden. Und sie ist eben diejenige, die für sich in Anspruch nimmt, Dinge auszusprechen, die dann sehr schnell halt ideologisch zugeordnet wurden und quasi einem Lager zugeordnet wurden, zu dem sie sich selbst nicht zählt. Und das ist das Raffinierte, dass es eben sehr vielen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern ebenso geht. Sie ist ja als Talkshow-Persönlichkeit jemand, die auch spiegelt, was die Leute denken und fühlen, die Talkshows gucken. Und die fühlen sich eben auch ständig in irgendwelche Ecken gedrängt, wenn sie Dinge sagen, die doch vor ihnen, wie sie dann glauben, Helmut Schmidt auch schon so oder ähnlich gesagt habe. Also diese Entfremdung der Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Rentenalter, aber gar nicht nur von dem, was doch noch unter Helmut Schmidt, den sie weiterhin verehren, total normal war. Weißt du, diese 80er Jahre oder 70er Jahre auch Normalität. Das ist ja das, was die Leute, Sarah Wagenknecht, zutreibt auch. Und ich glaube, das muss man erst mal verstehen, bevor man sagt, das ist doch jetzt alles rechts außen und damit sozusagen unsagbar. Oliver Nachtwey, der Sozialwissenschaftler, hat kürzlich gesagt, fand ich ganz interessant, und das stimmt ja auf jeden Fall, also der erste Teil, dass das Wagenknecht-Projekt quasi linke und rechte Anteile hat und dass die Klammer das Anti-Establishment wäre. Und das Anti-Establishment ist ja eine ganz klare populistische Figur. Wie seht ihr das denn? Aber Daniel wollte was sagen. Sie gehört ja zum Establishment. Also sie ist in jeder Talkshow drin. Sie ist die Lifestyle-Linke per se. Sie ist gut angezogen. Sie lebt ein anderes Leben als die Leute, die sie toll finden. Die Leute, die sie toll finden, das ist eine nostalgische Linke. Die sehnt sich zurück nach den guten alten Zeiten, als die Welt noch so war. Und das bedient sie ja von Ludwig Erhard bis zu DDR-Anklängen. Das politische Programm ist diffus. Und eben teilweise könnte sie, ist einiges davon eben das auch, was die Linkspartei vertritt. Also deswegen hätte sie auch in der Linkspartei bleiben können, wenn sie nicht ihr eigenes Ding hätte machen wollen. Und auf diesem Verschwörungserzählung, dass es da eine linksgrüne Elite gibt, die jetzt nur noch städtisch und nur noch vogue unterwegs ist und alle anderen Meinungen unterdrückt, wenn sie auf diesem Ticket nicht so erfolgreich wäre. Pascal? Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Es geht auch nicht darum, auch das, was ich ihm gesagt habe, zu sagen, das darf man nicht mehr sagen. Sondern ich habe es platziert. Man kann einfach nicht davon abstrahieren, wer denn die Position mit dem Austritt aus dem Euro vertritt und aus welchem Lager das kommt. Und so muss man sie dann auch zuordnen. Aber nicht dadurch, dass dadurch alleine schon ihr Argument falsch ist. Aber ich glaube, dass sie in fast allen Punkten keine progressive Position mehr vertritt, wo ihr beide recht habt. Sie beschwört quasi die gute alte Zeit. Aber auch diese gute alte Zeit, die sie beschwört, ist zum Teil eine Zeit, die eben damals gar nicht so gut war. Also wenn ihr euch mal in diesem Buch die Selbstgerechten, ich habe das sehr genau gelesen, nicht nur das da vorne mit den Lifestyle-Linken, sondern auch in dem hinteren Teil. Wenn ihr euch da mal anguckt, wie sie das beschreibt, wie das mit den Gastarbeitern, mit den Migrantinnen Anfang der 80er Jahre in der Bundesrepublik war. Ich meine, das ist eine Zeit, die hat sie sich angelesen, aber ich habe sie miterlebt. Ich war in Duisburg, ich habe eine Schule in Hüttenheim, wo ein sehr hoher sogenannter Gastarbeiteranteil war. Und dann behauptet sie, die wären toll integriert gewesen. Nein, die scheißdreck waren die. Da gab es sogenannte Türkenklassen. Was man mit diesen Leuten gemacht hat, die man tatsächlich ausgegrenzt hat, die keine vernünftige Bildung bekommen haben, das war fürchterlich. Und übrigens, wenn sie dann auch mal was anderes lesen würde, könnte sie das auch sehr, sehr schnell feststellen, wie das ist. Also es hat nichts mit der Realität zu tun. Auch was sehr interessant ist für den Ansatz mit der Industriearbeit und sonst was, Gewerkschaften kommen bei ihr nur in der Vergangenheit vor. Wenn es darum geht, wie sich zukünftig Gesellschaft entwickeln soll und Wirtschaft entwickeln soll, tauchen Gewerkschaften nicht mehr auf. Die spielen bei ihr keine Rolle mehr, sondern da ist der gute mittelständische Unternehmer, darauf setzt sie voll. Und das, wie gesagt, kann ich nicht als eine progressive Position erkennen. Mich würde mal interessieren, worin ihr die Anziehungskraft seht, die die Wagenknecht hat. Die hat sie ja offensichtlich. Also die hat eine gewisse Attraktivität. Sie ist auch die bekannteste Politikerin der Linkspartei, ja immer noch. Auf jeden Fall. Ist es eine Art von Charisma, was sie hat oder ist sie vor allen Dingen eine Projektionsfläche? Beides würde ich sagen. Sie hat Charisma, sie ist eine begnadete Rednerin, sie ist eine super Talkshow-Personlichkeit und sie bedient eine Retro-Sehnsucht. Und das macht die AfD ja auch. Das Interessante ist nur, und das ist der Unterschied zur AfD, ist nicht nur, dass sie ein anderes Programm hat. Sie ist wirtschaftspolitisch quasi eine linke AfD. Sie will tatsächlich soziale Gerechtigkeit. Das ist tatsächlich altes linkes Programm, Umverteilung nach unten. Das nehme ich ihr auch ab, zu teilen. Mit dem Programm könnte sie in der Linkspartei bleiben, aber sie hat eine autoritäre Vorstellung von Politik. Also sie ist auch interessant, sie wirft der Politik vor, sie wäre autoritär und bevormundend. Aber ihr ganzer Ansatz ist autoritär, setzt auf Nationalstaaten, setzt auf, wie gesagt, eine Top-Down-Organisation ihrer Partei. Dagegen ist die AfD ja basisdemokratisch und ein gäriger Haufen, wie Alexander Gauland zu sagen pflegte. Das soll gerade vermieden werden. Frau Wagenknecht weiß, wo es lang geht. Sie sagt, wie man es macht. Und die anderen sollen sich da einfügen und bitte nicht zu viel mitdiskutieren. Also Charismatikerinnen sind immer auch Projektionsflächen, aber ich glaube, Wagenknecht ist nur Projektionsfläche und nicht Charismatikerinnen. Also sie ist nicht imstande, Vertrauen in anderen Leuten zu erzeugen. Wenn man sie ein bisschen von nahem mal erlebt hat, merkt man, dass sie im Grunde menschenscheu ist, dass sie große Schwierigkeiten hat mit jeder Form von menschlichen Nähe und dass sie niemandem vertrauen kann und auch kein zwischenmenschliches Vertrauen, kein Miteinander erzeugt. Und ich glaube, das wird sie jetzt auch noch enorm schwächen beim Versuch des Aufbaus einer Partei. Sie hat es ja selbst, muss man sagen, im Fernsehinterview zugegeben, dass sie mit Aufstehen damals 2018, 2019 Fehler gemacht hat, dass sie eben ihre eigenen Organisationsfähigkeiten entweder überschätzt hat oder nicht begriffen hat, dass man die haben muss. Jetzt sagt sie, übernehmen das andere für sie. Das ist ein klares Bekenntnis dazu, dass sie weiß, dass sie eigentlich eine isolierte, einsame Person ist, die nicht andere Menschen an sich binden kann. Pascal? Ja, also Sarah Wagenknecht ist ja quasi, seitdem sie aufgetaucht ist nach der Vereinigung, eine Medienpopstar, weil sie eben in ihrer Art, wie sie auftritt, so anders ist. Damals wurde sie ja ganz oft mit Rosa Luxemburg verglichen, aufgrund der Frisur und sonst was. Sie entspricht nicht dem klassischen Bild. Und sie ist natürlich sehr kämpferisch. Das heißt, sie springt immer gegen den Strom. Sie war übrigens im Vorstand der BDS die Einzige, die gegen die Vereinigung mit der WSG gestimmt hat. Das sollte man auch nicht vergessen. Und zwar einer der Argumente war, dass Sozialismus dann nicht mehr im Namen ist. Das wäre eine Rechtsverschiebung. Also ein lustiges Argument, die war ja sprechen, eine kommunistische Plattform und sonst was. Und sie tritt eben mutig quasi gegen die ganze Welt an, gegen das Establishment. Das, was du gesagt hast, Sabine, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dieser Anti-Establishment-Faktor, das ist auch das, was sehr, sehr unterschiedliche Leute, die ansonsten überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann sich fokussieren lassen auf Wagenknecht und die zu ihrer Anhängerschaft machen. Das ist aber genau natürlich auch die Gefahr, weil wenn diese Leute untereinander diskutieren, dann kann das sehr, sehr schnell Kraut und Rüben werden. Vielleicht erinnert ihr euch an die Seite, das war eine sehr schöne Reportage über Taz-Genossen, zum Glück nicht sehr viele, die Wagenknecht attraktiv fanden. Wenn du dir da mal die Begründungen angeguckt hast, dann kommt man sehr schnell dazu, wenn es darauf ankommt, werden die nie in einer Partei landen. Weil bei dem einen ist es der Frieden, aber der ist ein vehementer Vertreter des Impfens und des Corona-Schutzes. Und bei der anderen war aber genau das der Grund, warum sie jetzt alles schlimm fährt und Wagenknecht toll, wegen dieser Impfskepsis. Also nur um so zwei Beispiele zu nennen. Und so kann sich jeder von rechts bis links da was rein projizieren. Deswegen müssen sie den Laden auch so lange close shop halten, weil sobald das offen ist, und bei der Parteigründung wird es dann irgendwann ja so sein müssen, dann kommen da Leute hin, die nichts miteinander zu tun haben. Und dann kommt Wagenknecht möglicherweise in die große Problemlage, argumentieren zu müssen und diskutieren zu müssen für ihre Position. Und das ist etwas, was sie, also so klassische Meinungsbildung, das kann sie nicht. Also sie kann Positionen vertreten und dann bewegt sie sich da nicht mehr. Aber so funktioniert auch innerparteilich eben Politik nicht. Unter anderem ist daran auch Aufstehen gescheitert. Also ich würde sagen, sie kann Meinungsbildung, also argumentieren in Talkshows und bei vergleichbaren Gelegenheiten ist ja ihre große Stärke. Sie kann aber nicht verbindende Meinungsbildung. Sie kann nicht die Brücken bauen. Und das müsste sie können als Chefin eines Vereins wie einer Partei, dass sie mehreren erstmal konträre Positionen vertretenen Leuten sagen kann, du hast recht, aber du hast auch recht. Und daraus machen wir jetzt Folgendes. Sie kann halt nur sie selbst. Also sie kann nur ich. Und ich glaube nicht, dass es ihr gelingen wird, einen Laden in irgendeiner Weise kommunikativ, argumentativ zusammenzuhalten. Ihr habt jetzt ja alle auch... Das sehe ich aber genau so. Das ist ja genau das, was ich meine. Sie kann natürlich ihre Meinung sehr genau vertreten. Aber was ist denn, wenn die Mehrzahl in ihrer neuen Partei in irgendeiner Frage eine andere Position dann hat? Und das kann sie dann eben nicht zu sagen, okay, ich habe diese Auseinandersetzung verloren, ich vertrete das andere aber auch. Dann nehme ich das, was die Partei beschlossen hat. Die willige Volk schafft, nicht Diskussion und Demokratie. Ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass die keinerlei Organisationstalent hat. Das wird ihr ja nachgesagt. Das ist ja was, was man zum Parteiaufbau braucht. Es kann natürlich sein, dass das andere Personen übernehmen. Kommen mir schwierig vor, weil sie diese total zentrale Funktion hat. Irgendwie, das ist ja so eine Ein-Personen-Show, was wir als Partei... Die Erfahrung haben wir ja in Deutschland überhaupt noch nicht. Gibt es in anderen Ländern, aber haben wir in Deutschland noch nicht. Aber ich würde gerne mal ein bisschen allgemeiner fragen, wie schätzt ihr die Erfolgsaussichten ein? Und gibt es für so eine Partei Platz im Parteiensystem bei uns? Naja, erstmal muss man nochmal sagen, es gibt ja verschiedene Beispiele, wo eine Partei komplett auf eine Person zugeschnitten ist. Das bekannteste ist natürlich Berlusconi. Der hat quasi dann eine ganze Partei so organisiert wie ein Unternehmen. Und das war alles immer nur, was er sagte, war Gesetz. Du hast es in jüngerer Zeit gehabt in Österreich mit dem Team Strohnach. Ein Milliardär, der sich eine eigene Partei gegründet hat, die es bis ins Parlament geschafft hat. Und du hast hier, wenn es nicht sehr erfolgreich ist, das Team Todenhöfer. Also gibt es da einen Format in Deutschland. Den dachte ich jetzt mal, den könnte man vernachlässigen. Was Interessante ist, das sieht man auch an dem Team Strohnach, das kann so ein Feuerwerk, so ein kurzfristiges bringen, das einen sogar ins Parlament bringt, hält aber nicht lange. Und das ist auch das, was ich für Wagenknecht glaube. Ich glaube, diese Organisationssachen, wie gesagt, ist gar nicht so das Problem, wenn die Leute das denn geschickt machen. Und sie hat dann schon ein Team um sich herum. Aber zurzeit funktioniert sie tatsächlich noch als Projektionsfläche. Du kannst mit unterschiedlichsten Erwartungen diese Partei wählen. Ich glaube, bei der Europawahl wird das auch so sein, dass sie ihn sehr gut abschneiden. Vor allem, weil die Europawahl hat eine niedrigere Wahlbeteiligung. Und die Relevanz ist auch nicht da hoch wie bei einer Bundestagswahl, wo man befürchten muss, dann regiert so jemand. Und dann entscheiden sich Leute auch nochmal anders. Ich glaube aber danach, je mehr dieser Partei aufgebaut wird, desto größer ist das Risiko des Scheiterns. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis länger als die Bundestagswahl hält. Ich glaube nicht, dass sie in den Bundestag kommen. Und ich glaube, dass sie eher ein Schicksal erleiden werden, wie die Piratenpartei perspektivisch. Das sehe ich ähnlich, aber es wird ihr auch nicht schaden. Also die Partei ist nur ein Mittel zum Zweck, um das Produkt Sarah Wagenknecht, die Marke Sarah Wagenknecht, weiter zu pushen. Diese Marke ist erfolgreich. Sie hat ein Publikum. Sie füllt die Hallen als Publizistin. Sie könnte das auch weitermachen. Und diese Partei, ich meine, wir reden jetzt eine halbe Stunde über sie. Das zeigt schon, sie ist schon eine faszinierende, schillernde Person, die eben diffuse Sehnsüchte weckt. Und ich meine, die meisten Populisten sind Politunternehmer, die bewirtschaften eben eine Sehnsucht oder bedienen eine Sehnsucht nach meistens eben der guten alten Zeit so. Das macht sie auf ihre Art und Weise auch. Aber tragfähig halte ich dieses Konzept als Partei nicht. Das Konzept Sarah Wagenknecht aber halte ich für sehr tragfähig. Wir werden noch lange mit ihr zu tun haben. Sie schafft es ja auch immer wieder sozusagen, die Marke Sarah Wagenknecht mit verschiedenen Inhalten zu füllen. Wie gesagt, früher war sie Kommunistin. Jetzt ist sie eine Ludwig Erhard-Marktwirtschaftlerin. Wie es gerade passt, die Sehnsucht nach einer, zum Beispiel angesichts der Entwicklungen jetzt in der Welt, Ukraine, Nahe Osten, nach einer guten alten Zeit, wo man sich aus diesen Konflikten zurückhalten konnte, bestenfalls Checkbuch-Diplomatie betreiben musste, ansonsten eben Entspannungspolitik großschreiben konnte. Diese Sehnsucht gibt es natürlich auch. Und dafür gibt es tatsächlich in der gegenwärtigen Parteilandschaft relativ wenig Angebote. Und da schafft sie jetzt ein Angebot. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das über den Tag hinaus die Europawahl zum Beispiel tragen wird, weil eben die Widersprüche dann zutage treten werden. Man kann es nicht allen recht machen. Ulrike, du hast ja vorhin gesagt, dass es irgendwie auch gut ist, weil sie der AfD-Stimmen abnehmen wird. Das heißt, du glaubst, es gibt einen Platz für so eine Partei in der deutschen Parteienlandschaft? Ob das dauerhaft sein wird, das hängt unter anderem davon ab, wie Wagenknecht dann die nächsten Jahre ihr Talkshow auf Dritte bestreitet und ob die Leute sie dann immer noch so faszinierend finden. Aber erstmal haben wir ja nächstes Jahr im Osten drei Landtagswahlen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und das finde ich jetzt schon interessant. Also bisher kann ja die aktuelle Parteiführung quasi darauf verweisen, dass im Osten, wie Pascal vorhin schon erzählt hat, die Verwurzelung der Linkspartei als identitätsstiftende, einheitliche ehemalige Volkspartei sehr, sehr stark ist. Und dass da so ein Bündnis-Sahra-Wagenknecht mit einem Wessi-Apparat möglicherweise nicht wahnsinnig viele Leute zieht. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass im Osten genug ideologisch und auch anderweitig ungebundene Menschen rumspringen, die suchen so etwas, wie es Sarah Wagenknecht jetzt anbietet. Und wenn es im Osten auch nur ein paar Leute gibt, die sich dem Club anschließen und sagen, wir bieten euch jetzt das Beste von links und das Beste von AfD, dann werden die bei diesen drei Landtagswahlen möglicherweise schon einigen Erfolg einfahren und werden damit die AfD möglicherweise auch entscheidend schwächen. Das finde ich nicht so schlecht. Also im Idealfall kommen ja alle knapp über fünf Prozent und überlassen den etablierten demokratischen und demokratischeren Parteien dann das Feld zur Regierungsbildung. So wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich finde, die AfD an der Stelle zu schwächen, finde ich ein wichtiges Projekt. Pascal? Ich halte das für eine schwierige Rechnung. Es gab ja schon mal so eine Umfrage, was wäre, wenn es eine Wagenknecht-Partei in Thüringen gäbe. Vielleicht erinnert euch daran, war ja gegen Drust durch die Medien, weil dort die Wagenknecht-Partei bei 25 Prozent gelandet war. Und dann ist genau die Interpretation ja gewesen, hat ja super die AfD schwächen, weil die hatte zehn Prozentpunkte verloren. Die Linkspartei war nicht so viel, die wäre immer noch bei 18 gewesen. Der Haken ist aber, rechnet das mal bitte zusammen, wenn es wirklich so kommen würde. Dann hättest du 20 Prozent Höcke, 25 Prozent Wagenknecht, das sind 45 Prozent zusammen. Da lässt sich aber überhaupt nichts mehr regieren. Also wenn du dann noch siehst, wer nicht ins Parlament kommt, das kann von den Mandaten her sogar schon zur absoluten Mehrheit für die beide reichen. Und ich sehe da keine Schwächung von rechts, sondern plötzlich hast du ein Bundesland unregierbar. Weil mit beiden Parteien wird nichts zusammengehen. Null. Also ich kann diese positiven, im so linksliberalen Spektrum Vorstellungen, das ist doch klasse, wenn es so eine Wagenknecht-Partei gibt, weil dann wird die AfD klein, das, sorry, ich halte das für nicht so ganz gelungen. Übrigens, was wir vergessen, ich wollte eine Sache hinzufügen, was wir vergessen haben in unserer Analyse. Es gibt ja zwei Parteien, wo sie tatsächlich mit orientiert drauf. Das eine ganz stanzstark sind die dänischen Sozialdemokraten, die damit erfolgreich waren. Also wir reden ja immer so, es wird vor allen Dingen um was Linkes gehen, es geht um was Sozialdemokratisches und die Ausrichtung dort. Und das ist ja eine Sozialdemokratie, die sehr, sehr auf Abschottung gesetzt hat und damit Wahlen gewonnen hat. Das ist die eine Orientierung. Und die andere ist, darf man auch nicht vergessen, die PIS-Partei in Polen, die sie auch schon positiv in ihrem Buch erwähnt hat. Das heißt, eine sehr, sehr konservative Gesellschaftspolitik, aber eine eigentlich sehr sozialdemokratische Sozialpolitik. Diese Mischung. Das wollte ich nur zur Analyse nochmal hinzufügen. Da muss ich jetzt eine Nachfrage stellen. Was ist denn mit Mélenchon? Weil ja ganz oft auch gesagt wird, der wäre ein Vorbild für Sie. Ist da aus deiner Sicht gar nichts dran, Pascal? Nein, da ist nichts dran. Also es ist richtig, dass sie tatsächlich zur Zeit von Aufstehen noch Mélenchon als Vorbild hatten. Aber bei Mélenchon hat sich einiges verändert. Er hat sich nämlich angeschaut, was für eine Anhängerschaft hat er eigentlich. Die haben ja Umfragen gemacht, Analysen und sonst was und haben dabei zwei Sachen festgestellt. Es ist halt vor allen Dingen das aktive Milieu, ein jüngeres Publikum, vielfach akademisch. Und für die jüngeren Leute waren zwei Sachen unfassbar wichtig. Erstens, sie wollten keine Arschlöcher sein. Das heißt, sie wollen nicht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das Zweite, was für die wichtig war, war der Klimaschutz. Und das hat zur Folge gehabt, dass Mélenchon keine Abschwertungspolitik mehr macht. Er hat seine Rhetorik radikal geändert, was den Umgang mit Flüchtlingen anbetrifft. Und dass Mélenchon inzwischen für den radikalsten Klimaschutz steht in Frankreich. Und das sind genau die beiden Punkte, die der Waagknecht und auch Lafontaine, sollten wir nicht unerwähnt lassen, hierher man gar nichts anfangen können, und seitdem ist das Verhältnis zu Mélenchon sehr, sehr stark abgekühlt. Daniel, du wolltest ja noch was zu dem davor sagen, sag mal. Ich wollte aber auch sagen, das ist vielleicht auch die Spaltung, die gerade stattfindet. Das ist zwischen sozusagen der Traditionslinken auf der einen Seite und den jüngeren Linken, die jetzt in der Linkspartei immer noch sind und sehr aktiv sind. Also das, was du gerade beschrieben hast mit Mélenchon, das ist das, was die Linkspartei jetzt auch macht. Und wogegen sich Waagknecht ja so stark wehrt, dass sie jetzt sich da abspaltet davon. Also diese Entwicklung, das ist sozusagen, davon kehrt sie ab. Jetzt ist natürlich, die Parteibindung nimmt in Deutschland insgesamt ab. Natürlich haben dann solche Hasardeure vielleicht auch Chancen, größere Chancen als anderswo. Aber diese Umfragen muss man immer mit Vorsicht genießen. Also ich erinnere mich, eine Horst-Schlemmer-Partei hatte auch mal Rekordwerte von 20%. Die ist nie zustande gekommen. Das Team Totenhöfer hatte auch gute Umfragewerte, hat es aber nie bei der 5-Prozent-Hülle geschafft. Also warten wir mal ab. Den Realitätstest musste sie ja noch nicht bestehen. Und wie gesagt, ob es diese Zielgruppe wirklich gibt, ich wage das zu bezweifeln. Weil was ist hier Angebot? Also wenn ich eine linke Sozialpolitik haben möchte, kann ich zwischen SPD und Linkspartei wählen. Linkspartei hat auch soziale Forderungen, die auch für die Zielgruppe, für die Wagenknecht-Bauble zu sprechen, auch interessant sind. Warum soll ich jetzt Wagenknecht wählen und nicht Linkspartei, nur weil ich Gendern doof finde? Der Punkt ist ja, dass womit sie hausieren geht, ist eben auch, dass sie konservative Migrationsfragen ist. Jetzt, wenn ich finde, dass Migration die Mutter aller Probleme ist, wie ja viele behaupten, dann habe ich ja schon eine Partei, die ich wählen kann. Das ist die AfD. Und die Problemanalyse und das, was ich für das Problem halte, das ist ja das, was mich zum Wählen antreibt. Ich wähle auch sogar gegen meine wirtschaftlichen, persönlichen Interessen, wenn ich überzeugt bin davon, dass diese Partei die Antwort hat auf die Frage, die mich beschäftigt. Also ich wähle die Grünen, wenn ich der Meinung bin, dass Klimaschutz wichtiger ist und da ist mir egal, ob meine Steuern dann persönlich steigen oder nicht so. Ich wähle die FDP, wenn ich denke, dass die die richtige Antwort hat und ich wähle die AfD, wenn ich denke, Migration reduzieren ist das Wichtigste und dann sind alle Probleme in Deutschland gelöst. Ich weiß nicht, warum ich Wagenknecht wählen sollte deswegen. Da gibt es ja schon eine Partei. Und wie gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass die sozialen Probleme eben an der maroden Infrastruktur liegen und dass mal mehr Geld investiert werden sollte, dann kann ich die SPD wählen. Scholz hat einen schönen Deutschlandplan aufgestellt. Das liest sich genauso, wie er das Wagenknecht fordert. Oder ich wähle die Linkspartei, weil ich glaube, die SPD wird sich das nie durchsetzen. Ja, gleichzeitig enttarnt die AfD sich ja all die Weile selbst eben als nicht soziale Partei. Also es war ja eine Mutmaßung, mit der eine Zeit lang gehaushaltet wurde, zu deren Gunsten, dass sie wohl auch mehr umverteilen wollten. Da gab es auch unklare Aussagen von der AfD. Inzwischen schält sich das heraus, dass sie eben genau keine Umverteilungspartei sind. Und Wagenknecht wird genau das jetzt zum Thema machen. Also das wird ihr Profil sein. Ich bin die, die euch Abschottung und weniger Migranten und wieder Rückkehr zur alten fossilen Industrie gibt, plus Umverteilung. Und das, so meine Prognose, wird also mindestens im Osten, und wir haben jetzt aber gelernt, dass ja auch im Westen das Potenzial größer ist, als wir bisher dachten, wird enorm ziehen. Und Pascal, wenn du sagst, dann wird Thüringen unregierbar, die schlechte Nachricht lautet, Thüringen ist jetzt schon unregierbar. Also wir haben ja jetzt schon das Problem in einem Land wie Thüringen, dass die Linke plus die AfD zusammen quasi eine Mehrheit haben und auf diese Weise keine handlungsfähige Regierungskoalition zustande kommt. Das leuchtet mir jetzt gerade nicht ein. Also da rechnest du aber zwei Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Ja, weil und solange die CDU nicht mit der Linken koaliert. Verstehst du? Ja, das ließe sich aber korrigieren. Ja, well, sagt dies der CDU in Thüringen bisher. Sieht es nicht so aus? Das machen wir doch schon die ganze Zeit, aber sie zieht sich die richtigen Konsequenzen aus. Aber lasst uns mal bei Wagenknecht und der Linkspartei bleiben, bitte. Ja, aber das würde ich trotzdem nicht so stehen lassen. Also es ist so, wir gehen jetzt in Thüringen in den Wahlkampf. Aber tatsächlich hat die CDU in Thüringen ja einen Weg gefunden, tatsächlich zu ermöglichen, dass dort noch weiter regiert werden kann, indem man so eine informelle Tolerierung hatte. Und das hat ja sogar auch funktioniert. Aber so wird es natürlich in Thüringen nicht weitergehen, das wissen wir auch alle. Ja. Also alle, die sich damit beschäftigen, das wird natürlich echt eine total dramatische Wahl im kommenden Jahr. So oder so. So oder so, genau. Ich würde jetzt gerne nochmal einmal den Sprung zur Linkspartei machen. Und zwar, Pascal, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was heißt das jetzt alles ganz praktisch für die Linkspartei und für die Fraktion im Bundestag? Naja, es sind zwar unterschiedliche Punkte. Für die Linkspartei ist es natürlich jetzt erstmal schwierig, weil ich glaube, es werden nicht so viele mitgehen in die neue Partei. Und auch bei Wahlen wird die Linkspartei gar nicht so viel an diese Wahlknechtpartei verlieren. Das nützt dir noch nichts, weil wenn du schon nur bei 4,9 stehst, dann darfst du gar nichts verlieren, du musst zugewinnen. Und das ist das große Dilemma, was die Linkspartei gerade hat und wo sie sich sehr anstrengen muss, so eine Lösung zu finden. Was die Fraktion anbetrifft, hat man jetzt eine sehr, sehr kuriose Situation. Diese 10 Leute haben ja ihren Austritt aus der Partei erklärt, damit werden sie eigentlich erstmal aus der Fraktion raus. Deswegen haben sie einen Antrag, das hängt mit der Geschäftsordnung zusammen. Die einzige Ausnahme ist, wenn sie einen Antrag stellen, doch drin bleiben zu dürfen. Das haben sie getan. Darüber will jetzt Anfang November die Fraktion beraten. Ich glaube, am 6. und 7. November, wie sie damit umgehen. Und es gibt relevante Stimmen, inklusive des Fraktionsvorsitzenden, die sagen, okay, wir lassen die weiter bei uns mitmachen, weil es geht ja um die Mitarbeiter. Und dann werden die so lange in der Fraktion sein, bis sie denn ihre neue Partei offiziell gegründet haben. Das wird im Januar sein. Dann sind sie automatisch raus. Aber die Vorstellung, dass bis Januar die noch in dieser Fraktion bleiben, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen soll. Weil das bedeutet ja auch, dass sie Retezeiten im Bundestag natürlich dann beanspruchen. Zum Beispiel der Vorsitzende des Klima-Ausschusses. Der redet aber dann nicht mehr für die Linkspartei. Er redet dann, das macht er jetzt schon in Interviews, für seine neue Partei. Das heißt, in bestimmten Debatten würde die Linkspartei gar nicht mehr vorkommen. Finde ich sehr, sehr sonder, weil sowas funktionieren soll. Dass zwei Parteien, de facto Parteien, sich das aufteilen. Das ist das eine. Und das andere, die argumentieren es alle mit den Mitarbeitern. Und zwar alle Seiten. Aber beim Wagnichtlager finde ich das verlogen, weil es wäre ganz einfach, sie müssen nur ihre Mandate zurückgeben und da könnten Leute nachrücken und dann hätten die Mitarbeiter weiter bis zum Ende der Legislaturperiode unter ihren Arbeitsplatz. Klar, wer spaltet, denkt nicht an Mitarbeiter, der denkt an anderes. Die wollen aber hier da drin bleiben, um die Arbeitsmöglichkeiten über die Fraktion weiter zu haben. Das heißt, weil es gibt ja etliche ihrer Mitarbeiter, die haben jetzt die ganzen letzten eineinhalb Jahre dazu benutzt, mit dem Geld des Bundestages und dem Geld der Fraktion eine Konkurrenzpartei aufzubauen. Und das sollen die auch so lange wie es geht noch weitermachen. Wäre ich Linkspartei, hätte ich, glaube ich, daran längst keinerlei Interesse. Vielleicht, was wir noch erklären müssen, ist, was bedeutet, wenn die aus der Fraktion rausgehen, vielleicht kannst du das mal kurz machen, Daniel, weil das ja eine wichtige Rolle spielt, was die Ressourcen angeht, die die künftig haben. Wenn die aus der Fraktion rausgehen, dann verliert die Restlinke ihren Fraktionsstatus im Bundestag, ist dann nur noch eine Gruppe oder sowas ähnliches und hat dann auch weniger Rechte und weniger Geld zur Verfügung. Deswegen würde das jetzt sofort passieren, würden die Mitarbeitenden wahrscheinlich nicht mehr bis Ende des Jahres oder gerade bis Ende des Jahres noch arbeiten können und darum das vergiftete Angebot von Wagenknecht. Also gut, wir bleiben noch in der Fraktion, auch wenn wir im nächsten Jahr unsere Partei gründen und bis dahin ist dann die Mitarbeit gesichert der Fraktionsmitarbeitenden. Das ist natürlich, setzt die Linke unter Zugzwang in Zwangslage, Zwickmühle. Zum einen, wenn sie sich darauf einlässt, dann gibt sie der Wagenknechtpartei, die es noch nicht gibt, oder den Wagenknechtianern ein Forum, eine Plattform und unterstützt sie bei ihrer Abspaltung. Wenn sie es nicht tut, muss sie ihre Mitarbeiter jetzt schon in die Wüste schicken vor Weihnachten. Das möchten sie auch nicht, deswegen ist es echt eine Zwangslage, in die Wagenknecht ihre noch Partei gebracht hat oder ihre nicht mehr Partei gebracht hat und da gibt es keine richtige Antwort darauf. Das ist die Wahl zwischen zwei Übeln so für die Linkspartei. Sieht Pascal offensichtlich anders, hat er ja schon gesagt. Ich wollte noch eine Sache sagen, was sehr wichtig ist, ist, dass es eben, wenn die keine Fraktion mehr sind, dass die wirklich massiv Ressourcen verlieren. Also sie müssen sich dann als Gruppe anerkennen lassen im Bundestag, was sie wahrscheinlich werden. Gab es ja schon mal in der Geschichte des Bundestags, aber es heißt, weniger Kohle, weniger Stellen, weniger Rechte, auch was Rederecht angeht. Ich gehe davon aus, Pascal, vielleicht weißt du das ganz genau, dann ist auch der Vize-Vorsitz von Petra Pau weg und der Vorsitz des Ausschusses auch, oder? Ja, so wird es sein, wobei, also man muss das Ganze schwieriger machen, es gibt 106 Mitarbeiter, für die das kritisch wurde, aber wie gesagt, das war eigentlich lange absehbar, aber es gibt noch einen Haken. Also erstmal würden dann tatsächlich zwei Gruppen, zwei Gruppen würden beantragen, als Gruppe anerkannt zu werden und es stimmt zwar, dass es Gruppen gab und das war 1990, Bündnis 90, die Grünen und die PDS, 1994 dann nur die PDS. Es ist aber kein Automatismus, dass sie als Gruppe anerkannt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten der Bundestagsmehrheit. Die eine Möglichkeit ist, man sagt, wir machen das gar nicht, dann würden die Linksfraktionsleute, die jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, die würden dann gewinnen. Da bin ich sehr sicher, aber die Frage ist, wann? Aber wäre ich Ampelkoalition, würde ich das ja nicht unbedingt riskieren, mir so eine Klatsche einzuhandeln. Die andere Variante ist, dass man sagt, wir müssen jetzt erstmal unglaublich lange prüfen und in der Zeit gibt es da natürlich nichts. Dann hast du halt 39, 38, der Lutz ist ja schon gegangen zur SPD, 38 Einzelabgeordnete dort und das ist natürlich ein super GAU, weil dann hast du noch weniger Rechte. Also bei der Gruppe ist es so, dass du die Hälfte nur noch des Geldes kriegst einer Fraktion, worauf du eine Akzeptionanspruch hast. Also das heißt, die beiden, Wagenknecht-Partei und Linksgruppe, hätten zusammen nur die Hälfte von der Zeit, wo sie jetzt noch zusammen sind. Aber wenn du Einzelabgeordnete bist, dann darfst du ganz am Schluss, wenn quasi schon die Müllabfuhr kommt, noch irgendwie zwei Minuten reden. Und das ist natürlich ganz bitter. Aber das kann erstmal für den Übergang passieren. Ja, ich glaube, unabhängig davon, wie die Sache auch rechtlich gegebenenfalls ausgeht, ist klar, beide Fraktionen, also Fraktionen im Sinne von Lager, werden jetzt die nächsten Monate ausschließlich mit sich selbst beschäftigt sein und sie werden einfach inhaltlich ohnehin an nichts, was Politik ist, teilnehmen können. Also wir haben von weder den einen noch den anderen, haben wir irgendwelche inhaltlich ausgehorenen Stellungnahmen zu irgendeinem wichtigen politischen Thema zu erwarten, Solange die da mit dieser Art von Infighting und Klärung von Strukturen beschäftigt sind. Und das ist im Grunde ja das Traurige wiederum auch für den Bundestagsbetrieb und auch für den Öffentlichkeitsbetrieb. Also das lässt sich nur hoffen, dass am Ende irgendjemand bei bei rumkommt, der immer noch ausreichend seriöse Sachpolitik zu machen im Stande ist in dem einen oder anderen Ausschuss. Aber vorausgesetzt ist das jetzt nicht mehr. Ja, aber die werden natürlich trotzdem ein großes Interesse daran haben, weiter den Bundestag als Bühne zu nutzen. Und so viel sich Klaus Ernst auch mit einer Neuparteigründung äußert, das fällt ihm dann nicht schwer, fünf Minuten abzuzweigen, um im Bundestag dafür zu reden, dass wir endlich wieder Öl und Gas aus Russland beziehen sollen. Aber ich würde gerne nochmal eine andere Frage mit euch erörtern und zwar, was heißt das denn jetzt inhaltlich für die Linkspartei? Wir haben diese Spaltung, das heißt dieser Dauerstreit ist jetzt erstmal weg, aber wahrscheinlich sind dadurch ja jetzt nicht alle inhaltlichen Positionen gleich geklärt. Also was bedeutet das auf der Ebene für die Linkspartei? Vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen. Also ich halte es für eine große Chance, sich endlich jetzt zu emanzipieren und das Profil zu schärfen, was mit dem Europawahlprogramm und den Personalien, die damit verbunden sind, Carola Rakete zum Beispiel als Spitzenkandidatin schon passiert ist. also jetzt kann die Linkspartei befreit von Wagenknechts, Querulantentum und Querschüssen ihr Profil entwickeln und ich habe den Eindruck, das tun sie auch schon seit einer geraumen Zeit. Sie braucht halt auch charismatische Spitzenpersonen, die in der Lage sind, dieses Programm zu vertreten. Ich finde, die Entscheidung für Carola Rakete überhaupt, das ganze Profil der Europakandidatinnen ist ausgewogen. soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Migration, Flüchtlingsschutz sind Sachen, die da vertreten sind. Also deswegen bin ich durchaus optimistisch, dass aus dieser Trauergrube man irgendwie wieder sich hervorrappeln kann und neu erfinden kann. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass jetzt Katja Kipping und ihre Getreuen weg sind. Also im Grunde hätte jetzt die Stunde geschlagen für diejenigen, die die letzten zehn Jahre versucht haben, einen moderneren, jüngeren, ökologischeren Stil innerhalb der Linkspartei groß zu machen und dadurch, dass die jetzt raus sind und letztlich auch aufgegeben haben, sind es halt aktuell nur zarte Ansätze für so etwas. Pascal, wie siehst du das? Na ja gut, sie ist nicht mehr Vorsitzende, aber sie ist natürlich nicht aus der Partei raus und in der Mehrzeit schon gar nicht. Die Strömung gibt es ja sehr, sehr deutlich. Aber ich will, also ich halte ja generell, ist eigentlich notwendig, dass es in deutschen Parteiensysteme links, linke Partei gibt, eine Partei links der Sozialdemokratie, aber ich will trotzdem ein bisschen, wie heißt es, Essig in den Wein? Wasser. Wasser, Wasser, na ja, Essig ist noch schlimmer, stimmt. Also ich glaube, was die sich da überlegt haben für die Europawahl mit der Liste, das ist tatsächlich eine sehr kluge Wahl mit Carola Rackete und vor allen Dingen Gerhard Trabert auf vier, die Kombination muss man immer sehen. Das ist, glaube ich, gerade für das Profil der Linkspartei wichtig, aber die ganzen Konflikte sind natürlich die inhaltlichen Konflikte nicht ausgetragen. Ich habe ganz am Anfang darauf hingewiesen, was den Osten anbetrifft, dass es da in der Mitgliedschaft viele gibt, die sehr ähnlich denken, inhaltlich wie Wagenknecht, die aber aus der Parteiloyalität da drin bleiben. Aber die haben auch mit dem, finden das Gendern auch schlimm und auch irgendwie Probleme mit Wogenes und was weiß ich. Das ist noch nicht weg. Und du hast auch bei der Europafrage, wofür ist denn diese Linkspartei? Das ist ja das Problem, weswegen sie immer bei den Europawahlen ganz schlecht abgeschnitten haben, dass das niemand wusste. Sind sie für die Republik Europa, wo zum Beispiel die Berliner sich immer sehr stark gemacht haben, oder sind sie eigentlich für ein Lexit, also ein Austritt aus der EU? Auch dort gibt es weiterhin, auch wenn Wagenknecht weg ist, einen entsprechenden Flügel. In der Vergangenheit haben sie es immer hingekriegt, dass sie irgendwelche Formelkompromisse gemacht haben. Das überzeugt aber ja nicht unbedingt. Der große Vorteil, dass das Wagenknechtlager jetzt weg ist, ist, dass sich die Diskussionskultur wieder verbessern kann. Die war nämlich hochgradig vergiftet. Wenn ich mir meinem Gegenüber alles Böse dieser Welt unterstelle, dann ist die Möglichkeit der Zusammenarbeit begrenzt. Wenn ich der Meinung bin, nur der vertrete eine falsche Meinung, dann kann man sich ja einigen, dann kann man ja Kompromisse machen. Aber wenn ich glaube, der macht das aus unredlichen Gründen und ist ein Riesenverbrecher, dann geht das eben nicht. Und von daher kann sich die Diskussionskultur jetzt wieder entspannen. Das ist die Chance, die sie haben. Aber die Konflikte werden sie trotzdem weiter haben und lösen müssen. Vielleicht haben sie jetzt bessere Chancen, die zu lösen, aber sicher sollte man sich da nicht sagen. Glaubt ihr denn, das wäre vielleicht auch so die Frage ins Ende dieser Runde, dass die Linkspartei, die ja ohne Zweifel gebraucht wird oder eine Partei wie die Linkspartei in unserem Parteiensystem und auch in der augenblicklichen Situation ja so stark, wo die Ampelregierung ja nur Druck von rechts kriegt, das ist ja so nötig, dass da irgendwas von links kommt. Aber meine eigentliche Frage, glaubt ihr, dass sie die Kurve kriegen? Also haben die eine Zukunft? Wer will anfangen? Ich glaube schon. Also weil die Lücke immer größer wird auf der Seite. Also in dem Maße, wie die Grünen Kompromisse schließen müssen oder sich auch positionieren im Nahostkonflikt zum Beispiel jetzt nicht für eine Verhandlungslösung, sondern tatsächlich sehr klar sich positionieren, da eben staatstragend wird diese Lücke größer sein. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass bei der Hessenwahl, dass die Partei schon über die 5-Prozent-Hürde hätte bringen können, weil die Grünen Immigrationsfragen so Federn haben lassen müssen, dass es nicht passiert. Insofern muss man vielleicht meine Einschätzung auch mit Vorsicht genießen, aber ich glaube, dass solange es den Bedarf gibt, der Markenkern ist ja da. Der Markenkern ist soziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik und unter diesem Gesichtspunkt hätte Wagenknecht auch ohne weiteres in der Partei bleiben können, wenn sie nicht so gekränkt davon gewesen wäre, dass sie halt nicht, dass sie nur noch eine Minderheitenposition vertritt und nicht mehr das Sagen hat und der Rest der Partei nicht auf ihre klugen Analysen hört, sondern tatsächlich sowas ausverhandelt, unglaublich und vielleicht Formelkompromisse findet für Widersprüche. In der Sache gibt es eigentlich Sozialpolitik, wäre das kein Problem gewesen, weiterzumachen und dadurch, dass die eben nicht kompromissbereit waren, ist es eine Chance, wie die Linkspartei, da tatsächlich bündnisfähig auch zu sein und pragmatisch auch. Ich schließe mich nicht im letzten, aber in deinem ersten Punkt an, also dass das für die Linkspartei bereinigt, von diesen unendlichen, ja jetzt über 15 Jahre reichenden Streitereien quasi entlastet, dass es eine Chance gibt für eine linke Partei mit jedem Tag, den die Ampel regiert. Also Hessen ist jetzt wirklich schlechter gelaufen als gedacht, aber ich glaube, dass die Verwerfungen der kommenden zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl da ein Potenzial von auf jeden Fall wieder über 5% stiften. Pascal, wie siehst du das? Haben die eine Chance? Kriegen die die Kurve? Ich glaube, dass generell ein Potenzial da ist. Ich glaube aber, dass ganz, ganz viel kaputt gegangen ist. Du hast im Westen eigentlich nur noch eine Ruinenlandschaft bis eigentlich auf ein paar Städte. Da werden auch etliche jetzt mitgehen. In der Fläche bleibt von dieser Linkspartei vielfach nicht mehr viel übrig. Das macht das sehr, sehr schwer. Sie haben, aber wenn sie zum Beispiel so einen Weg gehen wie die Berliner Linke durchaus eine Chance, sie müssen nur sehr, sehr viel verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen und sie müssen gemeinsam wieder begreifen, dass man also gemeinsam für diese Partei kämpfen muss, jeder Einzelne und nicht nur gegeneinander. Das ist eben nicht ausgemacht. Also deswegen ist noch nicht alles verloren, aber es wird ganz, ganz schwer und übrigens einen Hinweis, das hat natürlich massive Auswirkungen dann auch auf die gesellschaftliche Linke, wenn es die Linkspartei nicht schaffen würde. Das bedeutet nämlich perspektivisch auch das Ende zum Beispiel der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das würde das Ende aller möglichen linken Kleinvorlage bedeuten, die nur noch deswegen leben, aufgrund der Aufträge von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es werden auch etliche ambitionierte, junge Menschen Schwierigkeiten bekommen, weil sie kein Stipendium mehr der Rosa-Luxemburg-Stiftung kriegen. Da hängt also ganz, ganz viel dran, was ich glaube, was vielen nicht bewusst ist und von daher hoffe ich mal, dass diese Leute in der Linkspartei das begreifen, welche Verantwortung die sie da haben, das jetzt wieder hinzukriegen. Sag mal und Pascal, kriegst du jetzt eigentlich von Jan Korte eine Kiste Bier? Ja und nicht nur eine. Er hat, kann man auf Social Media nachlesen, ich habe ihm ja darauf hingewiesen, dass jetzt aber er mal das Bier kaltstellen soll. Also das ist der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion und er hat gesagt, ja, weil das alles so schlimm ist, tut er noch ein Kasten Bier drauf. Der hat nämlich gewettet. Also ich freue mich drauf. Er hat in der Taz im Interview gewettet, ob das eigentlich keine Partei macht und es spricht jetzt viel dafür, dass er diese Wette verloren hat gegen mich, ja. Okay, darauf können wir dann... Aber er ist ein fairer Verlierer. Darauf können wir dann anstoßen. Jetzt machen wir hier erstmal Schluss. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.ataz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Podcasts kosten Geld. Ihr könnt zwar umsonst hören, aber die Produktion muss finanziert werden. Also lasst gerne ein bisschen Geld über Taz zahle ich da. Und wenn der Bundestalk euch sowieso gefällt, könnt ihr ihn auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen, damit uns mehr Leute hören. Das freut uns natürlich. Ein Dank geht an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolaj Kühling und Svenja Bednacek, die in dieser Woche alles umsetzen. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt. Tstenly. Hallo. Julie. Vielen Dank.